15 Prozent 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 ja er leidet ich bin so traurig ach so ja das ist nichts alle hier um ich hab vergessen dass wir den Mittelpunkt an Toller Respawn Funktion geistert mitten in der Luft ach das machen wir nochmal mit links beziehungsweise du Jaja das muss ich rüber also Leute ich sage ich will jetzt mal in diesem Video clash stellen ich werde keine Kaizo Mario teilen let's play schade eigentlich und auch nicht I wanna be the fucking guy fucking guy NEIN NEVER EVER das ist das einzige Problem jetzt muss ich da richtig rüber kommen NEIN NEIN ach fuck fangst du Katti hier nochmal so yay ich würde einfach von der Tür erschlagen das wäre ok der Spaß geht von vorne los ja das war mit mehr Epic Tactics jetzt wissen wir wieder Haselbald jetzt wissen wir wieder Haselbald Beinah aber nur fast ne ne ich meine hat's beinah funktioniert so ich weiß ob er mal mit dem Protobo nicht geht der Protobo trot sich zu sehr in meinem Arsch rein wenn ich das dann mache haha NEIN ich muss nur den Sprung regulieren und nicht in den Feuer springen das war eine gute Idee ach verdammt ne nein 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 beinah NEIN jetzt war ich drüben und bin dann in meine Feuerwehr reingerannt ja toll hilft mir auch nicht ne 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 das war zu viel zu ungenau ja 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 ne 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 ja jah das war geschehen ja okay mal Image oh wie sagt man immer so fuck you fuck you all go to hell ich habe mich schon zu lange ja wo ich jetzt gesavedet habe ich nicht zu langsam Kumpfschau! Yes! 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 Ah! Ne! Nein! Warum schießt er immer wenn du hochkommst? Weiß nicht! Ja! 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 Jetzt fällt sie noch runter! Ach schade! Puh! Irgendwas hätte noch kommen müssen! Was kommt jetzt? Geht's weiter? Oder war's das schon? Keine Ahnung, gucken wir mal! Komm mal an! Oh! The Ultimate Special! Oh! The Ultimate Special! Okay, da ist irgendwas! Komm, sieh mal runter! Hey, hoch! Du mein! Habla! Habla! So! Wofür ist das? Keine Ahnung! Das ist merkwürdig! Ach so, wobei... Könnte man nicht irgendwelche Klopfe drücken, um aus dem Level rauszukommen, wenn man einmal gemacht hat? Ach, jetzt wurden die Farben geändert! Ach so! Ach so! Was hast du mit dir? Selekt! 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 So! Selekt! 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 Ja, hier bei uns auch epic. Lucifur gegen Brahman aus Ditchell, Devil Saga 1. Äh, 2. Quatsch. Oh yeah. Wollte mal das Ende sehen. Oh ja, geil. Spiel geschehen. Spiel geschehen. Nein, du steckst in deinem Auge fest. So. Nachdem ich mich jetzt in dein Auge festgesteckt habe, und Kaiser Mario damit völlig beendet habe, verabschieden wir uns und sagen, noch viel Spaß bei den anderen Let's Play Projekten. Yay. Wehe, guckt nicht rein. Dann haben wir euch. Sowas von. Das wird weh tut. Also auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss.